Rote Rosen Vorschau Folge 3926 Nach dem Kuss mit Klaas ist Jordis völlig verwirrt. Obwohl sie Gefühle für Klaas hegt, möchte sie immer noch für eine Ehe kämpfen, die ihre Leidenschaft verloren hat. Deshalb schlägt sie Mo eine Paartherapie vor. Aber er weigert sich. Jordis innerer Druck steigt und er gesteht Mo emotional seine Affäre. Plötzlich taucht Merle in Lüneburg auf und hat den Eindruck, dass Franca ihren Gartenbaubetrieb aufgibt. Franca bestreitet dies, Merle erwägt jedoch, den Mietvertrag zu kündigen. Britta bahnt Carla davor, Michael zu sehr in ihr Leben zu lassen. Ein offenes Gespräch begann, als Michael mehr über Timos Kindheit in Lüneburg erfahren wollte. Michael entschuldigt sich dafür, dass er Carla während ihrer Schwangerschaft im Stich gelassen hat. Carla nimmt seine Entschuldigung an, aber Michael versucht, sie zu küssen. Der geplante Campingausflug der Familie Bergerichter muss abgesagt werden, weil Louis krank ist. Lilly überrascht alle mit einem spontanen Indocampingausflug. Schlosser Schlosser